Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Lena aus dem Haus der Jugend. Wir sind heute auch im Haus der Jugend und ich habe schon wieder ganz tolle liebe KollegInnen mitgebracht. Das ist die Christine, die Annalena, die Petra und der Pascal. Wir werden jetzt abwechselnd Kinderlieder gurgeln und alle anderen müssen raten. Ihr dürft, kannst du noch mal anfangen, damit es verstanden wird. So, jetzt strengt ihr euch an. Du dich doch mal an! Ich versuch's. 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 Alle Kinder, alle Vögel sind schon da. Ja. Warte, 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 warte. Entwog's war noch aus der Fall. Ähm, Rutschhallebaum. Hinterweinerspäckerei. Alle, alle wieder. Ohne Fröhliche. Was? Nicht trinken! So leug! Kurde an, kurde an! Was ist so geil? Ja! In der Weihnachtsbäckerei! Ja! Voll gut! Ganz toll! Hat man doch eindeutig gehört! Mein Mädchen! Ganz stark! Super! Ich würde sagen... Macht's nach! Macht's nach und schickt uns ein Video! Tschüss!